Dazu sei noch mal erinnert, dass sich die Basis-Ammeter-Strecke verhält wie eine normale Diode, das heißt ich kann die durch die Schock-Lehrgleichung beschreiben. Ich will sagen, der Basis-Strom setzt sich zusammen aus diesem Sättigungssperrstrom, den wir vorher schon mal hatten, mal die Spannung an der Basis-Ammeter-Strecke bezogen auf die Temperaturspannung, minus 1 und hier bitte nicht die Klammern vergessen, sonst kommt Blödsinn raus. Was wir jetzt wissen, ist IB, denn wir wissen, das ist ein Milliampere. Das hier sind Parameter aus dem Datenblatt, die müsste ich jetzt vorgeben, das tue ich mal auf der rechten Seite, also wie im Beispiel vorher sage ich jetzt einfach mal, das ist ein Transistor-Datensättigungssperrstrom von einem Picoampere und die Temperaturspannung liegt bei 25 Millivolt. Was wir nicht kennen, ist UBE, das heißt wir müssen eigentlich jetzt diese Gleichung nehmen und nach UBE auflösen und das ist jetzt ein bisschen tricky, das muss man mal sehen und wie gesagt, es sei darauf hingewiesen, dass wir das wahrscheinlich so oft gar nicht mehr machen würden, aber wir wissen gerade gar nicht, warum wir es nicht machen werden, deswegen mache ich es einmal vor. Ja, wie kriege ich diese Gleichung umgebaut nach UBE? Zunächst mal bietet es sich an, hier durch den Sperrstrom zu teilen, das heißt ich teile hier mal durch IS. Dann habe ich auf der linken Seite IB durch IS stehen und auf der rechten Seite steht nun noch die Exponentialfunktion und jetzt kann ich die Klammern auch weglassen, weil der Vorfaktor weg ist, durch UT. Minus 1. Jetzt im nächsten Schritt kann ich die 1 auf die andere Seite bringen, weil die hat nichts mit dem zu tun, was ich suche. Also steht auf der linken Seite IB durch IS. Plus 1 ist gleich E hoch UBE durch UT. Und jetzt im nächsten Schritt nervt mich die Exponentialfunktion. Das UBE, was ich suche, steht oben im Exponenten drin, da will ich dran. Weil ich da dran will, muss ich jetzt quasi die Exponentialfunktion umkehren und jetzt weiß man vielleicht noch hoffentlich, dass sowas hier gilt wie der Logarithmus Naturalis, Ln abgekürzt von E hoch X, ist nichts anderes als X. Also man könnte auch sowas sagen wie, wenn ich an den Exponenten X dran will und er steht irgendwo an einem E oben drin, dann muss ich einen Logarithmus ziehen von beiden Seiten, was ich jetzt auch tue. Das heißt, ich wende auf beiden Seiten den Logarithmus an, den natürlichen Logarithmus, bloß nicht den Log 10 nehmen, sonst geht es schief. Das heißt, wir haben auf der linken Seite stehen Ln IB durch IS plus 1. Ist gleich, naja, und jetzt ist ja gerade der Sinn des Logarithmus, dass ich die Exponentialfunktion umkehre. Das heißt, was rechts übrig bleibt, ist UBE durch UT. Und nach UBE will ich, also kann ich jetzt im letzten Schritt hingehen und mit UT multiplizieren. Will sagen, meine gesuchte Basis-Emitter-Spannung setzt sich zusammen aus der Temperaturspannung, multipliziert mit diesem komischen Logarithmus. Und in diesem Logarithmus steht drin, bilde das Verhältnis von Basis-Strom zu Sättigungssperrstrom und addiere 1. Jetzt haben wir alle Werte dafür. Wir haben UT, wir haben IB, wir haben IS. Die 1 ist sowieso klar und das Ganze können wir jetzt in den Taschenrechner reinhacken. Ich schreibe noch einmal Werte hin, das heißt, wir haben hier 25 Millivolt mal den Logarithmus von IB durch IS. Jetzt stehen hier, IB haben wir gesagt, ist ein Milliampere durch ein Picoampere. 1 durch 1 ist relativ klar und jetzt müssen wir uns im nächsten Schritt vielleicht noch überlegen, was ist ein Milli durch ein Pico. Das können wir ja mal in der Nebenrechnung machen. Ein Milli war 10 hoch minus 3, ein Pico sind 10 hoch minus 12 und wenn ich beide durcheinander teile, erinnert man sich vielleicht, dass wir das Ganze auch rumdrehen können. Wir können nämlich sagen, wenn wir diese Minuszeichen hier weg haben wollen, tauschen wir quasi die Position. Also sind das hier 10 hoch 12 durch 10 hoch 3. Und das sind 10 hoch 12 minus 3 und 12 minus 3 sind hoffentlich 9. Also kommt hier 10 hoch 9 raus. In diesem Falle also 25 Millivolt mal den Logarithmus von 10 hoch 9. Das ist eine Milliarde plus 1. Ich glaube, an der Stelle können wir uns relativ leicht einig werden, dass wir die 1 vernachlässigen können. Ich will sagen, hier steht nur noch 10 hoch 9. Stimmt nicht ganz exakt, aber machen wir uns nichts vor, das fällt nicht mehr ins Gewicht. Da hören jetzt genau meine Kopfrechenkompetenzen wieder auf. Das heißt, ich konsultiere mal den Windows-Taschenrechner, gucke mir mal an, was ist denn der LN von einer Milliarde. Das ist meine Milliarde. Davon ziehe ich den LN und stelle fest, es sind 20,7. Ich bin jetzt mal brachial und dreist und nenne das mal 21, weil ich faul bin. Das heißt, hier stehen 25 Millivolt mal 21 und 25 mal 21 sind 525. Das heißt, wir haben 525 Millivolt beziehungsweise 0,525 Volt. Je nachdem, wie man es jetzt gerne hätte. Mit diesem Ergebnis können wir jetzt zurück in unsere Maschengleichung wechseln, denn wir kennen jetzt UBE und können damit jetzt wiederum den Widerstand berechnen, also den Vorwiderstand. Dazu nochmal eine Seite zurück. Wir wissen jetzt also, dass URV, also die Spannungen, die am Vorwiderstand abfallen sollen, die 3,3 Volt sein sollen vom GPIOPIN. Minus die 0,525 Volt, die an der Basis-Emitter-Strecke abfallen sollen. Und das sind, wenn mich meine Kopfrechenkünste nicht gerade völlig verlassen, dann 2,775 Volt. Das ist die Spannung, die ich gerne an dem Vorwiderstand hätte. Da ich aber weiß, dass der Basis-Strom 1 Milliampere beträgt, kann ich damit RV ausrechnen und kann sagen, RV ist nichts anderes als Ruhmschussgesetz. UrV durch IRV, wobei IRV offensichtlich IB ist, also durch IB. Das sind 2,775 Volt durch 1 Milliampere. Sind also gleich 2,775 Kiloohm. Jetzt bin ich mal wieder faul und mache daraus 2,8 Kiloohm. Damit haben wir unseren Vorwiderstand bestimmt. Und wir sehen ja, ich habe ein bisschen gerundet. Das heißt, bei der jetzigen Dimensionierung, also 2,8 Kiloohm, und der Annahme, dass hier ein Strom von 1 Milliampere fließen würde, müsste hier jetzt eigentlich eine Spannung von 2,8 Volt abfallen. Am Vorwiderstand und dann bliebe für UBE noch eine Spannung von ungefähr 0,5 Volt übrig. 0,5 Volt ist jetzt ein bisschen weniger, als wir eigentlich für den Milliampere bräuchten. Das heißt, in der Praxis würde mit diesen Werten jetzt nicht ganz in Milliampere fließen, sondern vielleicht 0,95 oder so was. Das könnte man jetzt nochmal im Detail nachrechnen. Aber so als grobe Dimensionierung reicht das aus. Damit hätten wir unseren Eingangskreis fertig. Wir sehen also, dass wir den GPIO-Ausgang des Raspberries quasi schützen vor zu viel Strom, indem wir hier einen relativ großen Vorwiderstand, in dem Fall jetzt 2,8 Kiloohm, vorhängen, damit eben nicht so viel Strom gezogen wird. Und das ist auch eine relativ übliche Vorgehensweise bei Transistoren. Also nahezu bei allen Transistorschaltungen findet man irgendeine Art Vorwiderstand vor der Basis-Emitterstrecke. Damit ist der Eingangskreis fertig, funktioniert. Und jetzt müssen wir uns mal um den Steuerkreis Gedanken machen, also um denjenigen Teil der Schaltung, der jetzt letztlich meinen elektrischen Verbraucher versorgt, in dem Falle unsere Lampe, und ob das hier alles so funktioniert, wie es soll. Dazu würde ich die Skizze dann nochmal auf die nächste Seite transportieren. Und dann gucken wir da mal rein. Wenn jetzt also unser Transistor immer noch mit einem B von 100 verstärkt, hat sich ja nicht geändert, dann sollte bei der Dimensionierung, die wir jetzt gefunden haben, ein Basis-Strom von einem Milliampere fließen und damit ein Kollektor-Strom von ungefähr 100 Milliampere. Weitergedacht heißt das, durch die Leuchte fließen ebenfalls 100 Milliampere. Das ist ja so gesehen der gleiche Knoten. Wenn aber durch die Leuchte 100 Milliampere fließen, dann heißt das, dass an der Leuchte dabei 12 Volt abfallen. Und jetzt könnte man vielleicht sehen, dass es hier irgendwie noch ein Problem gibt oder irgendwas jedenfalls ein bisschen komisches, nämlich wenn 12 Volt an der Leuchte abfallen und 12 Volt Betriebsspannung zur Verfügung stehen, dann hätte ich plötzlich eine Kollektor-Amitter-Spannung von nur noch 0 Volt. Es bleibt ja nichts übrig, denn diese Betriebsspannung hier teilt sich auf, auf die Leuchte und die UCE-Strecke. Wenn an der ersten schon 12 Volt abfallen, bleiben maximal 0 übrig. Und jetzt stellt sich die Frage, funktioniert das? Und da gibt es jetzt eine, ja ich sag mal Faustregel, beziehungsweise eine Größenordnung. Und zwar ist es so, dass ein Transistor immer dann als Stromverstärker noch fungieren kann, wenn er hinreichend viel Kollektor-Amitter-Spannung hat. Und da kann man grob sagen, ein Transistor arbeitet nur dann als Stromverstärker. Und Stromverstärker soll jetzt an der Stelle heißen, dass eben dieser nette, proportionale Zusammenhang zwischen Kollektor-Strom und Basis-Strom gilt. Also Kollektor-Strom gleich Basis-Strom mal Stromverstärkung. Wenn UCE größer als 0,6 Volt sind. 0,6 Volt fallen jetzt ein bisschen vom Himmel. Es gibt auch Transistoren, da tun es vielleicht 0,4 Volt. Bei manchen sollten es vielleicht auch 0,8 Volt sein. Das hängt ein bisschen vom Transistor ab und im Wesentlichen auch davon, in welcher Größenordnung eigentlich dieser Kollektor-Strom liegt. Wenn man da ins Detail gehen will, dann muss man wirklich anfangen, Kennlinien zu wälzen und Datenblätter zu lesen. Das ist dann wirklich nicht mehr ganz einfach. Wenn man das hier jetzt mal so als grobe Faustregel im Hinterkopf behält, dann ist man aber eigentlich zumindest in kleinen Spannungs- und kleinen Strombereich auf der sicheren Seite. Wenn das jetzt also so ist, dass ich hier Minimum 0,6 Volt brauche, dann muss ich dafür sorgen, dass meine Betriebsspannung auch diese 0,6 Volt mehr liefert. Das heißt, ich bräuchte hier nicht 12 Volt an der Betriebsspannung, sondern ich bräuchte 12,6 Volt. Und jetzt würdet ihr natürlich in der Praxis versuchen, so etwas aufzubauen. Und in der Praxis findet ihr mit Sicherheit diverse 12 Volt Netzteile. Aber ihr werdet höchstwahrscheinlich kein 12,6 Volt Netzteil finden. Zumindest nicht, wenn man nicht gerade ein Labornetzteil nimmt, was man so einstellen kann. Wenn ihr jetzt in der Praxis hingeht, hättet ihr als einzige Chance eigentlich auch wieder ein 12 Volt Netzteil zu nehmen oder was größeres. Angenommen, ihr nehmt 12 Volt, dann würde folgendes passieren. Dann würde sich hier so ein bisschen was aufteilen. Dann würde ein bisschen was am Kollektor hängen bleiben. Ich würde ungefähr schätzen 0,4 Volt plus minus. Und ihr würdet entsprechend hier nur noch 11,6 Volt an der Leuchte haben. Und wenn ihr nur noch 11,6 Volt an der Leuchte habt, fließen auch nicht mehr ganz 100 Milliampere, sondern eben ein bisschen weniger. Kurzum, eure Schaltung würde prinzipiell immer noch funktionieren. Das wäre überhaupt kein Problem. Nur die Leuchte hätte eben keine exakten 12 Volt mehr, sondern ein bisschen drunter. Damit ein bisschen weniger Strom. Damit ein bisschen weniger Leistung. und damit wäre sie nicht ganz so hell. Ihr könnt also diese Schaltung trotzdem bedenkenlos auch mit einem 12 Volt Betriebsspannungsnetzteil aufbauen, ohne dass da groß was passiert. Aber es wäre eben nicht genau 100 Milliampere Strom da.